Hi Anna, hallo Fabio. Hi Tim, na, hast du gestern die Sonnenfinsternis gesehen? Ja, hab ich, zusammen mit meinem Opa. Ich bin am Sonntag zu ihm nach Bonn gefahren und er hat mich um 10 am Bahnhof abgeholt. Die Wolken am Himmel sind bis Mittag verschwunden und dann konnten wir die Sonnenfinsternis oben auf einem Berg über Bonn super sehen. Echt? Cool. In Köln haben wir gar nichts gesehen. Das Wetter war viel zu schlecht. Oh, das ist echt doof. Und hattet ihr auch die Spezialbrillen mit? Ja, aber die eine Brille war kaputt. Wir hatten aber Glück. Ein Sterngucker hatte zwei Spezialbrillen und hat mir eine geliehen. Und? Wie war das genau? Erzähl doch mal. Also, eigentlich war es ein richtiges Abenteuer. Warum das denn? Weil mein Opa so einen alten VW-Bus hat und wir gleich nach zwei Kilometern auf der Autobahn plötzlich eine Panne hatten. Das gibt's doch nicht. Nee, oder? Also der VW-Bus war kaputt und fuhr nicht mehr weiter. Dann hat Opa einen Freund angerufen. Er wohnt ganz in der Nähe und hat uns dann sein Motorrad geliehen. Was? Du und dein Opa auf einem Motorrad? Ganz genau. Wir haben unsere Rucksäcke mitgenommen und sind losgefahren. Das war cool. Aber es war schon spät und wir mussten uns beeilen. Wir haben es aber geschafft. Kurz vor zwölf sind wir oben auf dem kleinen Berg angekommen. Dort haben wir noch viele andere Sterngucker getroffen. Es war schon total viel los dort. Super. Und wie ging es dann weiter? Kurz nach zwölf haben wir dann die Brillen aufgesetzt und gewartet. Es wurde ziemlich schnell dunkel. Sehr dunkel. Die Sonne war für kurze Zeit ganz weg. Es war ein bisschen unheimlich. Richtig gruselig. Wie in einem Horrorfilm. Die Vögel haben nicht mehr gesungen. Alles war so still. Genau wie mein Opa es mir vorher gesagt hat. Puh. Bei uns war es auch kurz dunkler. Aber es ist so schade, dass wir die Sonne nicht gesehen haben. Ja. Ich sag euch. Das war echt ein Erlebnis. Als die Sonne dann wieder da war, haben alle geklatscht und Bravo gerufen. Mit den Brillen haben alle so lustig ausgesehen. Ich habe ganz viele Fotos gemacht. Die musst du uns zeigen. Klar. Das mache ich. Ja. Und dann hatten wir alle Hunger. Und jemand hat einen Grill aufgestellt. Und wir haben zusammen Würstchen gegrillt. Den ganzen Nachmittag. Das war fantastisch. Und alle haben erzählt und gefeiert. Boah. Beim nächsten Abenteuer mit deinem Opa möchte ich aber auch gern dabei sein. Und ich auch. Okay. Mein Opa ist bestimmt einverstanden. Er ist so cool. Ey. Schau mal. Fabio. Diese Idee wäre doch ein super Projekt für unsere Projekttage. In Hamburg kann man sich im Stadtbus Bücher ausleihen. Bücher ausleihen im Stadtbus? Mensch, stimmt. Habe ich doch gesehen. Wieso? Ich war im Mai ein paar Tage mit meinen Eltern und meinem Bruder in Hamburg. Bei Verwandten. Mein Onkel ist 50 geworden und hat das mit der ganzen Familie gefeiert. Und da bist du mit so einem Bücherbus gefahren? Ja, genau. War cool. Was für Bücher waren denn da? Ach, alles Mögliche. Krimis, Comics, Fantasy. Wirklich alles. Hast du dir auch was mitgenommen? Ja klar. So einen richtig spannenden Krimi. Habe ich an einem Tag ausgelesen. Du Fabio, hör mal. Können wir so eine Tauschbibliothek nicht bei uns an der Schule organisieren? Im Schulbus? Bist du verrückt? Der ist doch immer viel zu voll. Nein, nicht im Schulbus. In der Kantine zum Beispiel. Was meinst du? Naja, doch. Die Idee ist gar nicht schlecht. Dann kann man vor oder nach dem Essen noch ein bisschen lesen. Oder nur ein Buch aussuchen und dann mit nach Hause nehmen. Wir könnten das Regal gleich am Eingang aufstellen. Ja, da sieht es jeder. Und weißt du was? Wir könnten doch auch Spiele anbieten, nicht nur Bücher. Was für Spiele denn? Manopolieren sowas? Oder auch Spiele für die Playstation? Ja klar. Alles. Brettspiele, Kartenspiele, Playstation-Spiele. Aber sag mal, dürfen wir das überhaupt? Naja, wir müssen natürlich zuerst den Direktor fragen. Aber der erlaubt das bestimmt. Bist du dabei? Klar bin ich dabei. Du, wir müssen dann auch alle über die neue Tauschbibliothek in der Kantine informieren. Ja klar. Ich könnte über die Aktion auf unserer Schulwebseite schreiben. Oder wir machen ein Plakat. Titel, heute schon getauscht oder so ähnlich. Ja, gute Idee. Hey Tim, was machst du denn jetzt? Wo läufst du denn hin? Ich schaue schon mal, was für Bücher und Spiele ich abgeben kann. Bin gleich wieder da. Ja. Warte, ich komme mit. Vielleicht kann ich ja deine Sachen brauchen. Dann können wir doch schon mal tauschen. Ja, okay. Aber für das Regal in der Kantine muss auch noch was bleiben. Hallo, es ist 17.30 Uhr. Hier ist wieder das Programm KICK auf Radio Köln 2. Ich habe heute zwei junge Studiogäste aus Dresden bei mir. Nämlich Sina und Moritz. Hallo, ihr zwei. Hallo. Hi. Sina und Moritz haben etwas ganz Tolles gemacht. Sie haben einen Blog im Internet, der heißt aus alt-mach-neu.com. Sina, magst du erklären, was für ein Blog das ist und wie ihr darauf gekommen seid? Ja, gerne. Also, wir studieren beide Kunst hier an der Universität und mögen gern Dinge aus ungewöhnlichen Materialien. In unserem Blog wollten wir mal zeigen, dass man auch aus Müll ganz viele Dinge machen kann. Nach dem Motto, Müll muss nicht Müll bleiben. Aha. Und was macht ihr zum Beispiel? Wir haben zum Beispiel aus kaputten T-Shirts eine Babydecke gemacht. Die ist richtig süß geworden. Oder aus einem kaputten Bad-Mickenschläger haben wir einen lustigen Spiegel gemacht. Und aus einer Shampoo-Flasche ein Portemonnaie. Und aus einem alten Pullover eine Tasche. Oh, das ist ja toll. Und im Blog kann man sie dann alle sehen? Ja. Viele Ideen in dem Blog kommen von uns und wir haben sie auch alle selbst ausprobiert. Den Leuten haben die Sachen total gefallen. Die Leser sollten uns dann auch eigene Vorschläge schicken. Mit Fotos und einem kleinen Kommentar. Und die Leute sind wirklich sehr kreativ. Wir haben schon ganz viele schöne und interessante Vorschläge bekommen. Die drei schönsten stellen wir jeden Monat vor. Kann man diese tollen Sachen auf eurer Seite eigentlich auch kaufen? Nein. Diese Sachen gibt es ja nur einmal. Die kann man nicht kaufen. Eigentlich schade. Aber okay. Man kann ja auch selbst kreativ werden. Vor dem nächsten Lied noch eine Frage. Sina oder Moritz, was ihr da macht, nennt ihr Upcycling. Was genau ist das? Beim Upcycling macht man aus alten Sachen ganz kreativ besonders schöne neue Sachen. Aus einem kaputten Bettmüttenschläger haben wir einen richtig schönen Spiegel gemacht. Und aus einer leeren Shampooflasche ein lustiges Portemonnaie. Ah, okay. Die Sachen werden dann irgendwie besser, richtig? Ganz genau. Also, liebe Zuhörer, schaut auf die Seite aus alt-mach-neu.com und lernt die tollen Ideen in Sinas und Moritz' Blog kennen. Und jetzt hören wir Christina Bürger mit. Aha. Und was macht ihr zum Beispiel? Wir haben zum Beispiel aus kaputten T-Shirts eine Babydecke gemacht. Die ist richtig süß geworden. Oder aus einem kaputten Bettmüttenschläger haben wir einen lustigen Spiegel gemacht. Und aus einer Shampooflasche ein Portemonnaie. Achtung! Eine Durchsage an alle Schülerinnen und Schüler der Gutenbergschule. Erstens. Heute finden in den Klassenräumen 110 und 111 die Abiturprüfungen statt. Deshalb ist es heute ganz besonders wichtig, dass es im ersten Stock ganz leise ist. Sprecht also bitte nicht so laut. Danke. Zweitens. Heute Nachmittag hält unsere neue Physiklehrerin Frau Lechner in der Bücherei einen Vortrag über ihre Reise nach Chile. Frau Lechner hat dort die größten Teleskope der Welt gesehen und möchte uns davon erzählen. Ihr Vortrag beginnt um 15.30 Uhr. Alle sind herzlich eingeladen. Besonders natürlich unsere Sterngucker. Drittens. Und am Freitag um 17 Uhr zeigt die Medien AG in der Sporthalle ihren Film Beste Freunde. Er hat in Salzburg beim Wettbewerb Schule und Medien den ersten Preis gewonnen. Wir gratulieren ganz herzlich und möchten nach dem Film mit allen zusammen feiern. Ab 18 Uhr gibt es ein kleines Fest. Ihr dürft gern eure Eltern und Geschwister mitbringen. Viertens. Zum Schluss noch eine ganz wichtige Information für alle. Ab heute gibt es die neue Ausgabe von unserer Schülerzeitung Der Gutenberger. Diesmal stellt euch die Klasse 8c interessante Persönlichkeiten vor. Nicht verpassen. So, das war's für heute. Ende der Durchsage. Gutenberg on Air. Hey, hier sind Claudia und Tim. Und wir begrüßen euch herzlich zu Gutenberg on Air, dem Podcastprojekt der Medien AG. Wir möchten euch heute unsere neue Physik- und Sportlehrerin Frau Maja Lechner vorstellen. Hallo Frau Lechner. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Hallo. Frau Lechner, wie lange sind Sie schon an der Gutenberg Schule? Seit zwei Monaten. Sind Sie Kölnerin? Nein, nein. Ich bin in Chile geboren. In Santiago. Später sind meine Eltern dann nach Hamburg gezogen. Da war ich fünf. Dort habe ich auch Abitur gemacht. Und was haben Sie nach dem Abitur gemacht? Ich wollte Südamerika besser kennenlernen und habe eine große Reise gemacht. Zusammen mit meinem Freund Max. So richtig mit Rucksack und so. Wir haben vorher ein bisschen gearbeitet, verschiedene kleine Jobs. Und dann sind wir sechs Monate lang durch Südamerika gereist. Toll. Und auf dieser Reise haben Sie auch die Teleskope gesehen? Nein, nein, das war erst später. Da habe ich an einem Forschungsprojekt mit Wissenschaftlern aus der ganzen Welt teilgenommen. Das war sehr interessant. Sie sind dann Lehrerin geworden und nicht Wissenschaftlerin. Warum? Ach, ja, ich habe schon immer viel Sport gemacht und hatte viel Kontakt zu Kindern und Jugendlichen. Und Physik war einfach mein Lieblingsfach. Ich wollte immer wissen, wie die Dinge funktionieren. Außerdem glaube ich, dass ich ganz gut erklären kann. Und da war dann ziemlich schnell klar, dass ich Sport und Physik unterrichten möchte. Wenn Sie so an früher denken, sind Sie damit gern zur Schule gegangen? Hm, mal so, mal so. Ich habe mich immer sehr für Sport und Naturwissenschaften interessiert. Aber nicht so sehr für Fremdsprachen. Wenn wir zum Beispiel in Physik oder Chemie Experimente gemacht haben, das war toll. Aber Vokabeln lernen? Puh. In Englisch war ich eigentlich immer ziemlich schlecht. Eine letzte Frage, Frau Lechner. Fühlen Sie sich wohl hier in Köln? Ja, auf jeden Fall. Die Kölner sind sehr fröhlich und herzlich. Ein bisschen Probleme habe ich vielleicht noch mit dem Karneval. Ich komme ja eher aus dem Norden. Und da gibt es sowas überhaupt nicht. Das ist mir immer noch ein bisschen fremd. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Lechner. Danke. Hallo? Hi Tim, hier Luisa. Hallo Luisa, was gibt's? Sag mal, kannst du heute Nachmittag schon etwas früher zur Schule kommen? Ich hoffe, du kannst mir noch ein bisschen helfen. Ich muss noch so viel vorbereiten. Ja klar, kann ich machen. Soll ich Fabio auch Bescheid sagen? Ja, das wäre super. Und Anna auch. Treffen wir uns um 15 Uhr an der Bushaltestelle? Okay, ich bin um 3 Uhr da. Bis dann. Bis später. Hey Alter, alles klar? Ja, und bei dir? Alles super. Hoffentlich schaffen wir alles bis 17 Uhr. Luisa ist schon ziemlich nervös. Ach klar schaffen wir das. Luisa macht gern mal ein bisschen Stress. Na dann los, da kommt der Bus. Hier ist deine Cola, Jonas. Bitteschön. Möchtest du auch was essen? Wir haben frischen Kuchen gebacken. Der ist echt lecker. Mh, euer Kuchen sieht wirklich gut aus. Ist der mit Schokolade? Es gibt Schokolade oder Apfel. Dann hätte ich gern beides. Ein Stück Schokokuchen und ein Stück Apfelkuchen. Sehr gern. Das macht dann 2 Euro. Was? So teuer? Herzlichen Glückwunsch zum ersten Preis. Das habt ihr wirklich toll gemacht. Dankeschön. Vielen Dank. Bravo, super. Super. Habt ihr denn auch schon Ideen für neue Projekte im nächsten Schuljahr? Ja klar, aber das ist noch ganz geheim. Das soll noch niemand wissen. Ach, oh ja, natürlich, verstehe. Na, dann wünschen wir euch natürlich weiterhin viel Spaß und Erfolg. Hi Anna, hallo Fabio. Hi Tim. Na, hast du gestern die Sonnenfinsternis gesehen? Ja, hab ich. Zusammen mit meinem Opa. Ich bin am Sonntag zu ihm nach Bonn gefahren und er hat mich um 10 am Bahnhof abgeholt. Die Wolken am Himmel sind bis Mittag verschwunden und dann konnten wir die Sonnenfinsternis oben auf einem Berg über Bonn super sehen. Echt? Cool. In Köln haben wir gar nichts gesehen. Das Wetter war viel zu schlecht. Oh, das ist echt doof. Und hattet ihr auch die Spezialbrillen mit? Ja, aber die eine Brille war kaputt. Wir hatten aber Glück. Ein Sterngucker hatte zwei Spezialbrillen und hat mir eine geliehen. Und? Wie war das genau? Erzähl doch mal. Also, eigentlich war es ein richtiges Abenteuer. Warum das denn? Weil mein Opa so einen alten VW-Bus hat und wir gleich nach zwei Kilometern auf der Autobahn plötzlich eine Panne hatten. Das gibt's doch nicht. Nee, oder? Also der VW-Bus war kaputt und fuhr nicht mehr weiter. Dann hat Opa einen Freund angerufen. Er wohnt ganz in der Nähe und hat uns dann sein Motorrad geliehen. Was? Du und dein Opa auf einem Motorrad? Ganz genau. Wir haben unsere Rucksäcke mitgenommen und sind losgefahren. Das war cool. Aber es war schon spät und wir mussten uns beeilen. Wir haben es aber geschafft. Kurz vor zwölf sind wir oben auf dem kleinen Berg angekommen. Dort haben wir noch viele andere Sterngucker getroffen. Es war schon total viel los dort. Super. Und wie ging es dann weiter? Kurz nach zwölf haben wir dann die Brillen aufgesetzt und gewartet. Es wurde ziemlich schnell dunkel. Sehr dunkel. Die Sonne war für kurze Zeit ganz weg. Es war ein bisschen unheimlich, richtig gruselig. Wie in einem Horrorfilm. Die Vögel haben nicht mehr gesungen. Alles war so still. Genau wie mein Opa es mir vorher gesagt hat. Puh, bei uns war es auch kurz dunkler. Aber es ist so schade, dass wir die Sonne nicht gesehen haben. Ja, ich sag euch. Das war echt ein Erlebnis. Als die Sonne dann wieder da war, haben alle geklatscht und Bravo gerufen. Mit den Brillen haben alle so lustig ausgesehen. Ich habe ganz viele Fotos gemacht. Die musst du uns zeigen. Klar, das mache ich. Ja, und dann hatten wir alle Hunger. Und jemand hat einen Grill aufgestellt. Und wir haben zusammen Würstchen gegrillt. Den ganzen Nachmittag. Das war fantastisch. Und alle haben erzählt und gefeiert. Boah. Beim nächsten Abenteuer mit deinem Opa möchte ich aber auch gern dabei sein. Und ich auch. Okay. Mein Opa ist bestimmt einverstanden. Er ist so cool. Ey, schau mal, Fabio. Diese Idee wäre doch ein super Projekt für unsere Projekttage. In Hamburg kann man sich im Stadtbus Bücher ausleihen. Bücher ausleihen im Stadtbus? Mensch, stimmt. Habe ich doch gesehen. Wieso? Ich war im Mai ein paar Tage mit meinen Eltern und meinem Bruder in Hamburg. Bei Verwandten. Mein Onkel ist 50 geworden und hat das mit der ganzen Familie gefeiert. Und da bist du mit so einem Bücherbus gefahren? Ja, genau. War cool. Was für Bücher waren denn da? Ach, alles Mögliche. Krimis, Comics, Fantasy. Wirklich alles. Hast du dir auch was mitgenommen? Ja, klar. So einen richtig spannenden Krimi. Habe ich an einem Tag ausgelesen. Du, Fabio, hör mal. Können wir so eine Tauschbibliothek nicht bei uns an der Schule organisieren? Im Schulbus? Bist du verrückt? Der ist doch immer viel zu voll. Nein, nicht im Schulbus. In der Kantine zum Beispiel. Was meinst du? Naja, doch, die Idee ist gar nicht schlecht. Dann kann man vor oder nach dem Essen noch ein bisschen lesen. Oder nur ein Buch aussuchen und dann mit nach Hause nehmen. Wir könnten das Regal gleich am Eingang aufstellen. Ja, da sieht es jeder. Und weißt du was? Wir könnten doch auch Spiele anbieten, nicht nur Bücher. Was für Spiele denn? Manopolieren sowas? Oder auch Spiele für die Playstation? Ja klar, alles. Brettspiele, Kartenspiele, Playstation-Spiele. Aber sag mal, dürfen wir das überhaupt? Naja, wir müssen natürlich zuerst den Direktor fragen. Aber der erlaubt das bestimmt. Bist du dabei? Klar bin ich dabei. Du, wir müssen dann auch alle über die neue Tauschbibliothek in der Kantine informieren. Ja klar. Ich könnte über die Aktion auf unserer Schulwebseite schreiben. Oder wir machen ein Plakat. Titel, heute schon getauscht oder so ähnlich. Ja, gute Idee. Hey Tim, was machst du denn jetzt? Wo läufst du denn hin? Ich schaue schon mal, was für Bücher und Spiele ich abgeben kann. Bin gleich wieder da. Warte, ich komme mit. Vielleicht kann ich ja deine Sachen brauchen. Dann können wir doch schon mal tauschen. Ja, okay. Aber für das Regal in der Kantine muss auch noch was bleiben. Hallo, es ist 17.30 Uhr. Hier ist wieder das Programm KICK auf Radio Köln 2. Ich habe heute zwei junge Studiogäste aus Dresden bei mir, nämlich Sina und Moritz. Hallo, ihr zwei. Hallo. Hi. Sina und Moritz haben etwas ganz Tolles gemacht. Sie haben einen Blog im Internet, der heißt aus alt-mach-neu.com. Sina, magst du erklären, was für ein Blog das ist und wie ihr darauf gekommen seid? Ja, gerne. Also, wir studieren beide Kunst hier an der Universität und mögen gern Dinge aus ungewöhnlichen Materialien. In unserem Blog wollten wir mal zeigen, dass man auch aus Müll ganz viele Dinge machen kann. Nach dem Motto, Müll muss nicht Müll bleiben. Aha, und was macht ihr zum Beispiel? Wir haben zum Beispiel aus kaputten T-Shirts eine Babydecke gemacht, die ist richtig süß geworden. Oder aus einem kaputten Badmikenschläger haben wir einen lustigen Spiegel gemacht. Und aus einer Shampooflasche ein Portemonnaie. Und aus einem alten Pullover eine Tasche. Oh, das ist ja toll. Und im Blog kann man sie dann alle sehen? Ja, viele Ideen in dem Blog kommen von uns und wir haben sie auch alle selbst ausprobiert. Den Leuten haben die Sachen total gefallen. Die Leser sollten uns dann auch eigene Vorschläge schicken, mit Fotos und einem kleinen Kommentar. Und die Leute sind wirklich sehr kreativ. Wir haben schon ganz viele schöne und interessante Vorschläge bekommen. Die drei schönsten stellen wir jeden Monat vor. Kann man diese tollen Sachen auf eurer Seite eigentlich auch kaufen? Nein, diese Sachen gibt es ja nur einmal. Die kann man nicht kaufen. Eigentlich schade. Aber okay, man kann ja auch selbst kreativ werden. Vor dem nächsten Lied noch eine Frage. Sina oder Moritz, was ihr da macht, nennt ihr Upcycling. Was genau ist das? Beim Upcycling macht man aus alten Sachen ganz kreativ besonders schöne neue Sachen. Aus einem kaputten Bettmüttenschläger haben wir einen richtig schönen Spiegel gemacht. Und aus einer leeren Shampooflasche ein lustiges Portemonnaie. Ah, okay. Die Sachen werden dann irgendwie besser, richtig? Ganz genau. Also, liebe Zuhörer, schaut auf die Seite aus alt-mach-neu.com und lernt die tollen Ideen in Sinas und Moritz' Blog kennen. Und jetzt hören wir Christina Bürger mit. Aha, und was macht ihr zum Beispiel? Wir haben zum Beispiel aus kaputten T-Shirts eine Babydecke gemacht, die ist richtig süß geworden. Oder aus einem kaputten Bettmüttenschläger haben wir einen lustigen Spiegel gemacht. Und aus einer Shampooflasche ein Portemonnaie. Achtung, eine Durchsage an alle Schülerinnen und Schüler der Gutenbergschule. 1. Heute finden in den Klassenräumen 110 und 111 die Abiturprüfungen statt. Deshalb ist es heute ganz besonders wichtig, dass es im ersten Stock ganz leise ist. Sprecht also bitte nicht so laut. Danke. 2. Heute Nachmittag hält unsere neue Physiklehrerin Frau Lechner in der Bücherei einen Vortrag über ihre Reise nach Chile. Frau Lechner hat dort die größten Teleskope der Welt gesehen und möchte uns davon erzählen. Ihr Vortrag beginnt um 15.30 Uhr. Alle sind herzlich eingeladen, besonders natürlich unsere Sterngucker. 3. Und am Freitag um 17 Uhr zeigt die Medien AG in der Sporthalle ihren Film Beste Freunde. Er hat in Salzburg beim Wettbewerb Schule und Medien den ersten Preis gewonnen. Wir gratulieren ganz herzlich und möchten nach dem Film mit allen zusammen feiern. Ab 18 Uhr gibt es ein kleines Fest. Ihr dürft gern eure Eltern und Geschwister mitbringen. 4. Zum Schluss noch eine ganz wichtige Information für alle. Ab heute gibt es die neue Ausgabe von unserer Schülerzeitung Der Gutenberger. Diesmal stellt euch die Klasse 8c interessante Persönlichkeiten vor. Nicht verpassen! So, das war's für heute. Ende der Durchsage. Gutenberg on Air Hey, hier sind Claudia und Tim. Und wir begrüßen euch herzlich zu Gutenberg on Air, dem Podcastprojekt der Medien AG. Wir möchten euch heute unsere neue Physik- und Sportlehrerin Frau Maja Lechner vorstellen. Hallo Frau Lechner. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Hallo. Frau Lechner, wie lange sind Sie schon an der Gutenberg-Schule? Seit zwei Monaten. Sind Sie Kölnerin? Nein, nein. Ich bin in Chile geboren. In Santiago. Später sind meine Eltern dann nach Hamburg gezogen. Da war ich fünf. Dort habe ich auch Abitur gemacht. Und was haben Sie nach dem Abitur gemacht? Ich wollte Südamerika besser kennenlernen und habe eine große Reise gemacht. Zusammen mit meinem Freund Max. So richtig mit Rucksack und so. Wir haben vorher ein bisschen gearbeitet, verschiedene kleine Jobs. Und dann sind wir sechs Monate lang durch Südamerika gereist. Toll. Und auf dieser Reise haben Sie auch die Teleskope gesehen? Nein, nein. Das war erst später. Da habe ich an einem Forschungsprojekt mit Wissenschaftlern aus der ganzen Welt teilgenommen. Das war sehr interessant. Sie sind dann Lehrerin geworden und nicht Wissenschaftlerin. Warum? Ach, ja. Ich habe schon immer viel Sport gemacht und hatte viel Kontakt zu Kindern und Jugendlichen. Und Physik war einfach mein Lieblingsfach. Ich wollte immer wissen, wie die Dinge funktionieren. Außerdem glaube ich, dass ich ganz gut erklären kann. Und da war dann ziemlich schnell klar, dass ich Sport und Physik unterrichten möchte. Wenn Sie so an früher denken, sind Sie damals gern zur Schule gegangen? Hm, mal so, mal so. Ich habe mich immer sehr für Sport und Naturwissenschaften interessiert, aber nicht so sehr für Fremdsprachen. Wenn wir zum Beispiel in Physik oder Chemie Experimente gemacht haben, das war toll. Aber Vokabeln lernen? Puh. In Englisch war ich eigentlich immer ziemlich schlecht. Eine letzte Frage, Frau Lechner. Fühlen Sie sich wohl hier in Köln? Ja, auf jeden Fall. Die Kölner sind sehr fröhlich und herzlich. Ein bisschen Probleme habe ich vielleicht noch mit dem Karneval. Ich komme ja eher aus dem Norden. Und da gibt es sowas überhaupt nicht. Das ist mir immer noch ein bisschen fremd. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Lechner. Danke. Hallo? Hi Tim, hier Luisa. Hallo Luisa, was gibt's? Sag mal, kannst du heute Nachmittag schon etwas früher zur Schule kommen? Ich hoffe, du kannst mir noch ein bisschen helfen. Ich muss noch so viel vorbereiten. Ja klar, kann ich machen. Soll ich Fabio auch Bescheid sagen? Ja, das wäre super. Und Anna auch. Treffen wir uns um 15 Uhr an der Bushaltestelle? Okay. Ich bin um 3 Uhr da. Bis dann. Bis später. Hey Alter, alles klar? Ja, und bei dir? Alles super. Hoffentlich schaffen wir alles bis 17 Uhr. Luisa ist schon ziemlich nervös. Ach klar schaffen wir das. Luisa macht gern mal ein bisschen Stress. Na dann los, da kommt der Bus. Hier ist deine Cola, Jonas. Bitteschön. Möchtest du auch was essen? Wir haben frischen Kuchen gebacken. Der ist echt lecker. Mh, euer Kuchen sieht wirklich gut aus. Ist der mit Schokolade? Es gibt Schokolade oder Apfel. Dann hätte ich gern beides. Ein Stück Schokokuchen und ein Stück Apfelkuchen. Sehr gern. Das macht dann 2 Euro. Was? So teuer? Herzlichen Glückwunsch zum ersten Preis. Das habt ihr wirklich toll gemacht. Dankeschön. Vielen Dank. Bravo. Super. Habt ihr denn auch schon Ideen für neue Projekte im nächsten Schuljahr? Ja, klar. Aber das ist noch ganz geheim. Das soll noch niemand wissen. Ach, oh ja. Natürlich. Verstehe. Na, dann wünschen wir euch natürlich weiterhin viel Spaß und Erfolg. Hi, Anna. Hallo, Fabio. Hi, Tim. Na, hast du gestern die Sonnenfinsternis gesehen? Ja, hab ich. Zusammen mit meinem Opa. Ich bin am Sonntag zu ihm nach Bonn gefahren und er hat mich um 10 am Bahnhof abgeholt. Die Wolken am Himmel sind bis Mittag verschwunden. Und dann konnten wir die Sonnenfinsternis oben auf einem Berg über Bonn super sehen. Echt? Cool. In Köln haben wir gar nichts gesehen. Das Wetter war viel zu schlecht. Oh, das ist echt doof. Und hattet ihr auch die Spezialbrillen mit? Ja, aber die eine Brille war kaputt. Wir hatten aber Glück. Ein Sterngucker hatte zwei Spezialbrillen und hat mir eine geliehen. Und? Wie war das genau? Erzähl doch mal. Also, eigentlich war es ein richtiges Abenteuer. Warum das denn? Weil mein Opa so einen alten VW-Bus hat und wir gleich nach zwei Kilometern auf der Autobahn plötzlich eine Panne hatten. Das gibt's doch nicht. Nee, oder? Also der VW-Bus war kaputt und fuhr nicht mehr weiter. Dann hat Opa einen Freund angerufen. Er wohnt ganz in der Nähe und hat uns dann sein Motorrad geliehen. Was? Du und dein Opa auf einem Motorrad? Ganz genau. Wir haben unsere Rucksäcke mitgenommen und sind losgefahren. Das war cool. Aber es war schon spät und wir mussten uns beeilen. Wir haben es aber geschafft. Kurz vor zwölf sind wir oben auf dem kleinen Berg angekommen. Dort haben wir noch viele andere Sterngucker getroffen. Es war schon total viel los dort. Super. Und wie ging es dann weiter? Kurz nach zwölf haben wir dann die Brillen aufgesetzt und gewartet. Es wurde ziemlich schnell dunkel. Sehr dunkel. Die Sonne war für kurze Zeit ganz weg. Es war ein bisschen unheimlich. Richtig gruselig. Wie in einem Horrorfilm. Die Vögel haben nicht mehr gesungen. Alles war so still. Genau wie mein Opa es mir vorher gesagt hat. Puh. Bei uns war es auch kurz dunkler. Aber es ist so schade, dass wir die Sonne nicht gesehen haben. Ja, ich sag euch, das war echt ein Erlebnis. Als die Sonne dann wieder da war, haben alle geklatscht und Bravo gerufen. Mit den Brillen haben alle so lustig ausgesehen. Ich habe ganz viele Fotos gemacht. Die musst du uns zeigen. Klar, das mache ich. Ja, und dann hatten wir alle Hunger. Und jemand hat einen Grill aufgestellt. Und wir haben zusammen Würstchen gegrillt. Den ganzen Nachmittag. Das war fantastisch. Und alle haben erzählt und gefeiert. Boah. Beim nächsten Abenteuer mit deinem Opa möchte ich aber auch gern dabei sein. Und ich auch. Okay. Mein Opa ist bestimmt einverstanden. Er ist so cool. Ey, schau mal, Fabio. Diese Idee wäre doch ein super Projekt für unsere Projekttage. In Hamburg kann man sich im Stadtbus Bücher ausleihen. Bücher ausleihen im Stadtbus? Mensch, stimmt. Habe ich doch gesehen. Wieso? Ich war im Mai ein paar Tage mit meinen Eltern und meinem Bruder in Hamburg. Bei Verwandten. Mein Onkel ist 50 geworden und hat das mit der ganzen Familie gefeiert. Und da bist du mit so einem Bücherbus gefahren? Ja, genau. War cool. Was für Bücher waren denn da? Ach, alles Mögliche. Krimis, Comics, Fantasy, wirklich alles. Hast du dir auch was mitgenommen? Ja klar. So einen richtig spannenden Krimi. Habe ich an einem Tag ausgelesen. Du, Fabio, hör mal. Können wir so eine Tauschbibliothek nicht bei uns an der Schule organisieren? Im Schulbus? Bist du verrückt? Der ist doch immer viel zu voll. Nein, nicht im Schulbus. In der Kantine zum Beispiel. Was meinst du? Naja, doch, die Idee ist gar nicht schlecht. Dann kann man vor oder nach dem Essen noch ein bisschen lesen. Oder nur ein Buch aussuchen und dann mit nach Hause nehmen. Wir könnten das Regal gleich am Eingang aufstellen. Ja, da sieht es jeder. Und weißt du was? Wir könnten doch auch Spiele anbieten, nicht nur Bücher. Was für Spiele denn? Manopolieren sowas? Oder auch Spiele für die Playstation? Ja klar, alles. Brettspiele, Kartenspiele, Playstation-Spiele. Aber sag mal, dürfen wir das überhaupt? Naja, wir müssen natürlich zuerst den Direktor fragen. Aber der erlaubt das bestimmt. Bist du dabei? Klar bin ich dabei. Du, wir müssen dann auch alle über die neue Tauschbibliothek in der Kantine informieren. Ja klar, ich könnte über die Aktion auf unserer Schulwebseite schreiben. Oder wir machen ein Plakat. Titel, heute schon getauscht oder so ähnlich. Ja, gute Idee. Hey Tim, was machst du denn jetzt? Wo läufst du denn hin? Ich schaue schon mal, was für Bücher und Spiele ich abgeben kann. Bin gleich wieder da. Warte, ich komme mit. Vielleicht kann ich ja deine Sachen brauchen. Dann können wir doch schon mal tauschen. Ja, okay. Aber für das Regal in der Kantine muss auch noch was bleiben. Hallo, es ist 17.30 Uhr. Hier ist wieder das Programm KICK auf Radio Köln 2. Ich habe heute zwei junge Studiogäste aus Dresden bei mir, nämlich Sina und Moritz. Hallo, ihr zwei. Hallo. Hi. Sina und Moritz haben etwas ganz Tolles gemacht. Sie haben einen Blog im Internet, der heißt aus alt-mach-neu.com. Sina, magst du erklären, was für ein Blog das ist und wie ihr darauf gekommen seid? Ja, gerne. Also, wir studieren beide Kunst hier an der Universität und mögen gern Dinge aus ungewöhnlichen Materialien. In unserem Blog wollten wir mal zeigen, dass man auch aus Müll ganz viele Dinge machen kann. Nach dem Motto, Müll muss nicht Müll bleiben. Aha. Und was macht ihr zum Beispiel? Wir haben zum Beispiel aus kaputten T-Shirts eine Baby-Decke gemacht, die ist richtig süß geworden. Oder aus einem kaputten Badmickenschläger haben wir einen lustigen Spiegel gemacht. Und aus einer Shampoo-Flasche ein Portemonnaie. Und aus einem alten Pullover eine Tasche. Oh, das ist ja toll. Und im Blog kann man sie dann alle sehen? Ja. Viele Ideen in dem Blog kommen von uns und wir haben sie auch alle selbst ausprobiert. Den Leuten haben die Sachen total gefallen. Die Leser sollten uns dann auch eigene Vorschläge schicken. Mit Fotos und einem kleinen Kommentar. Und die Leute sind wirklich sehr kreativ. Wir haben schon ganz viele schöne und interessante Vorschläge bekommen. Die drei schönsten stellen wir jeden Monat vor. Kann man diese tollen Sachen auf eurer Seite eigentlich auch kaufen? Nein. Diese Sachen gibt es ja nur einmal. Die kann man nicht kaufen. Eigentlich schade. Aber okay. Man kann ja auch selbst kreativ werden. Vor dem nächsten Lied noch eine Frage. Sina oder Moritz, was ihr da macht, nennt ihr Upcycling. Was genau ist das? Beim Upcycling macht man aus alten Sachen ganz kreativ besonders schöne neue Sachen. Aus einem kaputten Badmickenschläger haben wir einen richtig schönen Spiegel gemacht. Und aus einer leeren Shampoo-Flasche ein lustiges Portemonnaie. Ah, okay. Die Sachen werden dann irgendwie besser, richtig? Ganz genau. Also, liebe Zuhörer, schaut auf die Seite aus alt-mach-neu.com und lernt die tollen Ideen in Sinas und Moritz' Blog kennen. Und jetzt hören wir Christina Bürger mit. Und was macht ihr zum Beispiel? Wir haben zum Beispiel aus kaputten T-Shirts eine Baby-Decke gemacht. Die ist richtig süß geworden. Oder aus einem kaputten Badmickenschläger haben wir einen lustigen Spiegel gemacht. Und aus einer Shampoo-Flasche ein Portemonnaie. Achtung, eine Durchsage an alle Schülerinnen und Schüler der Gutenberg-Schule. Erstens. Heute finden in den Klassenräumen 110 und 111 die Abiturprüfungen statt. Deshalb ist es heute ganz besonders wichtig, dass es im ersten Stock ganz leise ist. Sprecht also bitte nicht so laut. Danke. Zweitens. Heute Nachmittag hält unsere neue Physiklehrerin Frau Lechner in der Bücherei einen Vortrag über ihre Reise nach Chile. Frau Lechner hat dort die größten Teleskope der Welt gesehen und möchte uns davon erzählen. Ihr Vortrag beginnt um 15.30 Uhr. Alle sind herzlich eingeladen. Besonders natürlich unsere Sterngucker. Drittens. Und am Freitag um 17 Uhr zeigt die Medien AG in der Sporthalle ihren Film Beste Freunde. Er hat in Salzburg beim Wettbewerb Schule und Medien den ersten Preis gewonnen. Wir gratulieren ganz herzlich und möchten nach dem Film mit allen zusammen feiern. Ab 18 Uhr gibt es ein kleines Fest. Ihr dürft gern eure Eltern und Geschwister mitbringen. Viertens. Zum Schluss noch eine ganz wichtige Information für alle. Ab heute gibt es die neue Ausgabe von unserer Schülerzeitung Der Gutenberger. Diesmal stellt euch die Klasse 8c interessante Persönlichkeiten vor. Nicht verpassen. So, das war's für heute. Ende der Durchsage. Gutenberg on Air. Hey, hier sind Claudia und Tim. Und wir begrüßen euch herzlich zu Gutenberg on Air, dem Podcast-Projekt der Medien AG. Wir möchten euch heute unsere neue Physik- und Sportlehrerin Frau Maja Lechner vorstellen. Hallo Frau Lechner. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Hallo. Frau Lechner, wie lange sind Sie schon an der Gutenberg-Schule? Seit zwei Monaten. Sind Sie Kölnerin? Nein, nein, ich bin in Chile geboren. In Santiago. Später sind meine Eltern dann nach Hamburg gezogen. Da war ich fünf. Dort habe ich auch Abitur gemacht. Und was haben Sie nach dem Abitur gemacht? Ich wollte Südamerika besser kennenlernen und habe eine große Reise gemacht. Zusammen mit meinem Freund Max. So richtig mit Rucksack und so. Wir haben vorher ein bisschen gearbeitet, verschiedene kleine Jobs. Und dann sind wir sechs Monate lang durch Südamerika gereist. Toll. Und auf dieser Reise haben Sie auch die Teleskope gesehen? Nein, nein, das war erst später. Da habe ich an einem Forschungsprojekt mit Wissenschaftlern aus der ganzen Welt teilgenommen. Das war sehr interessant. Sie sind dann Lehrerin geworden und nicht Wissenschaftlerin. Warum? Ach, ja, ich habe schon immer viel Sport gemacht und hatte viel Kontakt zu Kindern und Jugendlichen. Und Physik war einfach mein Lieblingsfach. Ich wollte immer wissen, wie die Dinge funktionieren. Außerdem glaube ich, dass ich ganz gut erklären kann. Und da war dann ziemlich schnell klar, dass ich Sport und Physik unterrichten möchte. Wenn Sie so an früher denken, sind Sie damals gern zur Schule gegangen? Hm, mal so, mal so. Ich habe mich immer sehr für Sport und Naturwissenschaften interessiert, aber nicht so sehr für Fremdsprachen. Wenn wir zum Beispiel in Physik oder Chemie Experimente gemacht haben, das war toll. Aber Vokabeln lernen, puh. In Englisch war ich eigentlich immer ziemlich schlecht. Eine letzte Frage, Frau Lechner. Fühlen Sie sich wohl hier in Köln? Ja, auf jeden Fall. Die Kölner sind sehr fröhlich und herzlich. Ein bisschen Probleme habe ich vielleicht noch mit dem Karneval. Ich komme ja eher aus dem Norden. Und da gibt es sowas überhaupt nicht. Das ist mir immer noch ein bisschen fremd. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Lechner. Danke. Danke. Hallo? Hi Tim, hier Luisa. Hallo Luisa, was gibt's? Sag mal, kannst du heute Nachmittag schon etwas früher zur Schule kommen? Ich hoffe, du kannst mir noch ein bisschen helfen. Ich muss noch so viel vorbereiten. Ja klar, kann ich machen. Soll ich Fabio auch Bescheid sagen? Ja, das wäre super. Und Anna auch. Treffen wir uns um 15 Uhr an der Bushaltestelle? Okay, ich bin um 3 Uhr da. Bis dann. Bis später. Hey Alter, alles klar? Ja, und bei dir? Alles super. Hoffentlich schaffen wir alles bis 17 Uhr. Luisa ist schon ziemlich nervös. Ach klar schaffen wir das. Luisa macht gern mal ein bisschen Stress. Na dann los, da kommt der Bus. Hier ist deine Cola, Jonas. Bitte schön. Möchtest du auch was essen? Wir haben frischen Kuchen gebacken. Der ist echt lecker. Mh, euer Kuchen sieht wirklich gut aus. Ist der mit Schokolade? Es gibt Schokolade oder Apfel. Dann hätte ich gern beides. Ein Stück Schokokuchen und ein Stück Apfelkuchen. Sehr gern. Das macht dann 2 Euro. Was? So teuer? Herzlichen Glückwunsch zum 1. Preis. Das habt ihr wirklich toll gemacht. Dankeschön. Vielen Dank. Bravo. Super. Habt ihr denn auch schon Ideen für neue Projekte im nächsten Schuljahr? Ja klar, aber das ist noch ganz geheim. Das soll noch niemand wissen. Ach, oh ja, natürlich, verstehe. Na, dann wünschen wir euch natürlich weiterhin viel Spaß und Erfolg.